Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. US-Banken im Fokus. Anleger beobachten aufmerksam den Markt. Marktanalyse. US-Banken im Fokus von Investoren. Inmitten der vielfältigen Landschaft der globalen Finanzmärkte versammeln sich die Blicke der Investoren auf den Sektor des amerikanischen Bankwesens. Zurückzuführen ist dieser Trend auf verschiedene Faktoren, darunter die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsberichte der großen US-Banken sowie der aktuelle monetäre und fiskalische Ausblick der USA. In den nächsten Wochen werden die Hauptakteure des amerikanischen Bankensektors, darunter JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs, ihre Quartalsberichte veröffentlichen. Diese Berichte geben nicht nur einen Einblick in die individuellen Leistungen der Banken, sondern auch in den Gesundheitszustand der US-Wirtschaft. Laut Finanzexperten werden diese Zahlen besonders bedeutsam sein, da sie den ersten vollständigen Berichtszeitraum nach dem Ausbruch der globalen Pandemie abdecken. Deren Auswirkungen auf die Bankbilanzen war bisher Gegenstand von Spekulationen, Quelle Wall Street Journal. Parallel dazu betrachten Investoren den monetären und fiskalischen Ausblick der USA. Die jüngsten Äußerungen der Federal Reserve und die steigenden Inflationserwartungen legen nahe, dass die Zentralbank ihre gegenwärtige geldpolitische Strategie aufrechterhält. Gleichzeitig verfolgen die Marktteilnehmer die fiskalischen Maßnahmen der beiden Regierungen und wie sie sich auf das Geschäftsklima auswirken könnten. In diesem Zusammenhang ist die geplante Erhöhung der Unternehmenssteuern von 21% auf 28% besonders beunruhigend. Quelle Bloomberg. In Anbetracht dieser Entwicklungen ist die hohe Aufmerksamkeit, die den US-Banken derzeit zuteil wird, verständlich. Das anstehende Jahr könnte entscheidend sein für den amerikanischen Bankensektor und dessen Stellenwert in den globalen Finanzmärkten. Die nächsten Wochen werden sicherlich spannend, sowohl für die US-Banken selbst als auch für die weltweiten Investoren. Anita Farke, Freitag, 12. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.